Salve a tutti, wir haben Freitag, den 9. August, das ist 18.11 Uhr, ich habe es nicht früher geschafft, Maxima Mea Culpa. Vor uns liegt der DAX. Ich bin ganz froh, dass der nicht so extrem hochgesprungen ist, sondern dass sich alles langsam ein bisschen aufbaut. Nochmal zur Erklärung, die blauen Linien hier, das sind die FIBOS vom Oktober letzten Jahres. Nur, dass ihr wisst, wo der hier kommt, zahlen sie dir hier rechts. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ich hatte gesagt, ich erwarte eigentlich, dass der DAX hier an dieses schraffierte Gebiet geht. Das hätte er sofort machen können, aber der hat es jetzt Zeit gelassen. Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. Wer es nicht mitbekommen hat, die ausstehenden Sparpläne oder Sparraten habe ich komplett am Montag geschlossen bei 17,250. Für diejenigen, die es nicht gehört haben. Die sind ja auf jeden Fall dicht. Auf den ersten Blick kann man sagen, okay, die 200-Tage-Linie hat quasi gehalten. Nochmal, ich gebe nicht so viel auf die, aber ich weiß, dass viele von euch da sich das anschauen. Wir haben das zweite Gap, das ist das erste, das zweite Gap geschlossen. Und heute hier am Freitag so eine Art Doji. Da komme ich gleich nochmal drauf, der ist nämlich wichtig. Es ist weiterhin positiv, würde ich es doch hastig. Es ist wieder, das war jetzt am Mittwoch, waren wir erst hier. Es ist weiterhin positiv über das MACD. Er hat nach wie vor alle Chancen, diesen Bereich hier. Das ist die 17.930. Das war das Low, was sich ein paar Mal angesprochen hat. Hier aus dem 14.06., dem Geburtstag von Donald Trump. Das weiß ich deswegen, was meiner ist, aber den ich seitdem ich nicht mehr feiere. Da können wir hingehen. Ich glaube nicht, dass wir dieses Gap hier schließen. Also grundsätzlich sieht es eigentlich von der Chart-Technik in Ordnung aus. Die Bänder, das obere Band, die sind aufgegangen. Hat jetzt die Kretsche gemacht nach unten, das Positiv, hier Positiv, da Positiv, wieder ins Band rein. Ich erwarte ein Tuschieren der 20-Tage-Linie, die heute, man sieht es hier, bei 18.136 liegt und pro Tag ungefähr 50 Punkte verliert. Das wäre also dann ein bisschen unter 18.000 am Mittwoch, nächsten Mittwoch. Habe ich kein Problem damit, das zu sehen. Überhaupt nicht. Wir haben, jetzt bohrt der Nachbar, tut mir leid, wenn da so ein Geräusch reinkommt. Also grundsätzlich finde ich das in Ordnung. Jetzt nehme ich mal ganz kurz diese hier raus, weil ich muss euch andere zeigen. Und zwar, wenn ich die hier lege, von dem letzten High auf das Low, kommen wir hier genau, also wirklich fast punktgenau an das 50er Retracement dran, von dieser Bewegung. Das ist ein Widerstand, kein großer, das ist einer. Mir wäre lieber, das zu Skieren von dem 61er hier oben bei der 17.973. Auch das würde sich dann mit der bis Mittwoch fallenden 20-Tage-Linie verbinden. Fände ich gut. Wäre eine perfekte Korrektur aus diesem, nennen wir es mal Abverkauf. Das wäre wirklich perfekt. So muss es aber nicht sein. Ich selbst, ich habe fast keine Position. Ich bin ein bisschen VW-Long. Da musste ich mich auch echt überwinden, da mal auf die Enter-Taste zu drücken. Aber ich habe es gemacht. Ich habe immer noch, und das finde ich nicht schön, die Kering. Die werden bei mir bei 250 gestoppt. Die habe ich auch jetzt schon seit ungefähr einer Woche. Da habe ich mir mehr von versprochen. Vor allen Dingen heute, wie LVMH anfangs gestiegen ist. Und irgendwas hatte ich noch. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was das war. Irgendwas habe ich noch. Das fällt es mir gerade nicht an. Egal wie. Also, grundsätzlich sieht es in Ordnung aus. Ich rechne nach mir vor mit einer fallenden 20-Tage-Linie. Und dass der Markt hier irgendwo hier trifft. Da bin ich aber auch wieder short. Jetzt habe ich folgendes Problem. Und zwar gehe ich mal auf die 4 Stunden mit euch. Die fängt auch schon wieder an. Hier seht ihr auch das 50er. Wirklich auf den Punkt genau. Und es ist auch gleichzeitig das obere Band gewesen. Auf 4-Stunden-Ebene. Wird hier auch schon wieder weich. Also, kurzfristig für die nächsten, sagen wir mal, 8 Handelstunden. Das geht also bis in den Montag rein. Montag, 12, 16 Uhr. Muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal hier so ein bisschen runtergehen. Irgendwo so in diesem Bereich. 17, 400, 17, 500. Und dann nochmal den Anlauf nehmen. Also, grundsätzlich bin ich damit zufrieden, dass wir nicht so schnell gestiegen sind. Weil das jetzt als Analyse wesentlich schwieriger gemacht. Wir haben, oder ich habe, die gleichen Scheine. Es gibt keinen Grund, die zu wechseln. Da ändert sich lediglich der Strike. Der K.O. ändert sich ein bisschen. Minimal die Hebel. Aber das sind die gleichen. Es ist immer noch ein Eldorado für Daytrader. Das ist sensationell, was der für Bewegung macht. Man sieht es auch hier. Das ist der VDAX. VDAX New. Der war hoch bis 27. Und ist jetzt schon wieder bei um die 20. Ein bisschen unter 20. Das ist der Moment, wenn die um normalen Optionen, also Optionsscheine, um normalen Optionen, eine erhebliche Volatilitätsboost erfahren. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Ich hatte also 18.500er Putz. Die sind auf der einen Seite dann gestiegen, weil der Markt runtergekommen ist. Aber durch die gestiegene Volatilität sind die noch teurer geworden. Das war ein richtig guter Deal. Im Moment sind wir schon wieder höher als der Durchschnitt. Aber der Markt beruhigt sich ein bisschen. Das finde ich insgesamt ganz gut. Nichtsdestotrotz haben wir diese geopolitische Megascheiße querbeet über die Welt. Sorry, wenn ich das ausdrücke, aber es ist ja so. Und ich merke das auch, deswegen fallen, glaube ich, jetzt hier zum Freitagsschluss in wieder die Positionen. Ich merke das auch, dass viele Leute übers Wochenende glatt sein wollen. Ich habe genau die gleiche Tendenz. Ich will mir da überhaupt kein Risiko holen. Wenn jetzt von diesen eben genannten Aktien, die ich da gesprochen habe, oder Einzelwerten, wenn da mal irgendwie was schief geht und wir machen am Montag minus 10% auf, dann bringt mich das nicht um. Die Positionen sind klitzeklitzeklein. Ich bin, ich habe es eben ausgerechnet, bei 7,5%. Also jetzt von dem normalen Depot, abgesehen von den Sparbläden. Ich finde es okay. Es sieht gut aus. Er hat das Potenzial, kurzfristig vielleicht nochmal 1, 200 Punkte runter. Und haben probiert das nochmal. Es wäre für mich eigentlich das Logischste, wenn wir uns so um den Mittwoch rum hier an der 20. Mit der 20-Tage-Linie treffen. So irgendwo 17.975, 80. Dann werde ich aber auch wieder Putz kaufen mit einer Basis, die hier drüber liegt. Über der 18.800. Dann hole ich mir wieder welche. Weil nach wie vor diese Carry Trades sind noch nicht fertig. Da kommt noch was. Das ist noch nicht durch. Und vor dem Hintergrund, wenn ich mich entscheiden muss, bin ich lieber Short. Aber mit einem Short würde ich wahrscheinlich bis Mittwoch hinten liegen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.